Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Prey Hidden Agenda, ja ja Dann... Wollen wir mal Räumen wir hier mal auf würde ich sagen Warum knallt er mich auf 30 FPS runter? Äh, ja Ich wollte, weil ich den 30 Bildern aufnehme, gerne 60er Limit gesetzt haben Aber das funktioniert dann nicht, weil er mich dann irgendwie wohl runter gesetzt auf 30 von der Engine aus Naja, gut Wollte halt nicht, dass das konkurriert wegen dem Doppelt so viel FPS wie Aufnahme und ein paar Bilder mehr oder... Naja Machen wir den nächsten fertig Wo sind diese... Yeah, cool Anscheinend geht's hier weiter, ja Und hier durch, ja Immer noch das Feuerzeug Zu hell, ja Ich mag diese fucking Roboter Dumpen Scheiße Oh, jetzt habe ich mir selber einen mitgegeben Und cool Ich werde mich ja hier wohl gleich hoffentlich irgendwo heilen können Hm... Hier können wir rüber Wofür auch immer Können wir ein Schutzfeld deaktivieren, welches auch immer So... Gut, gut Dann... Bin ziemlich erledigt Blöderweise So... Oh, shit Gucken, was gibt's denn hier jetzt erstmal Kann ich mich hier vielleicht irgendwo heilen Welches Schutzfeld ist das? Das dort, okay Aber wofür? Was kann ich denn von hier aus machen? Hier runter? Und dann werde ich ja mit Sicherheit sterben Hm... Schick Okay, weiter geht's mit Low health Ja... Da bebt die Bude, wa? Ja, das kann ja was werden hier Ja, super Boah Habt euch ja gar nicht drangeschossen Tipptall kaputt Wo müssen wir hin, Freunde? Das ist jetzt hier wieder die Frage Oh, Mann Hm... Vielleicht hier durch? Wäre möglich, ne? Ich glaub das ist richtig Das Schutzfeld hier soll uns nicht stören Oder doch? Nee, nicht wirklich Weil wir haben dieses Tor geöffnet Und das brauchen wir bestimmt auch Verwirrend Wo ist er hin? Wo ist er hin? Die Bude ist zu Die Bude ist zu Die Bude ist auch zu Was sollen wir hier jetzt? Was? Das verstehe ich nicht Kommen wir jetzt auch nicht mehr zurück, ne? Äh... Das ist natürlich, äh... Doof Da irgendwie runterkommen wahrscheinlich, aber wie? Ach... Ja... Augen im Kopf müsste man haben, ne? Guck mal einer an Sieh mal einer Kiek Ist das jetzt irgendein 4, oder war das? Ne Tür, die da... Guck mal einer Guten Tag Oh shit Oh shit Noch einer? Oder war's das? Na, kommt noch einer Ach... Ach... Keine Ruhe, Mann Ja, komm her Maa... das ist gar nicht lustig ganz und gar nicht lustig aber gut da lässt sie die letzte mission schon sein eventuell klingt so nach einem finalen kapitel passend zur story observation level 2 ok und 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 Wann wird er uns wo angezeigt? Das ist jetzt hier die goldene Frage. Sehen wir den hier irgendwo wieder. Die schon mal. Bestimmt auf irgendeinem Display, oder? Bestimmt wieder irgendwas, was man länger angucken muss und dann... Aja, 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 aja. Hmm. Was auch immer die vorhaben. Das will uns eigentlich nicht so gefallen, ne? Okay. Wir brauchen also irgendwie diesen Code. Wahrscheinlich. Sonst kommen wir hier nämlich nicht weiter, ne? Und hier wird das nix. Woher nehmen? Irre jetzt wiederum. Hä, hier? Bestimmt wieder total simpel. Ich bin blind. Bestimmt wieder nicht geduldig genug. Ganz schön. Mhm. Da tut sich aber nix, ne? Da tut mir leid, ne? Da sind keine Zahlen erkennbar, oder? Ne. Irgendwie nicht. Versteh ich nicht. Das ist schräg. Das ist irgendwie blöd. Wann da? Der Vetter macht irgendwie auch was will, ne? Es regnet, dann scheint die Sonne, ist auch geil. Könnte sich ja auch mal entscheiden. Kein Zahlencode, ne? Habe ich irgendwas übersehen bis eben, wo wir hier reingekommen sind? Ich sehe hier keine Zahlen. Da vielleicht 2, 8. Irgendwas an 7. Eigentlich war das immer besser erkennbar, ne? Ach. Leute, da auf dem Boden, ne? 2, 4, 3, 2. Das kann manchmal so einfach sein, ne? Dennoch so schwer. Ja. Oh, komm. Wir heilen uns hier mal ne Runde. Alles paletti. Mal gucken hier. Jen! 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 Ich bin hier! Ich muss da runterkommen. Aber irgendwie ist sie nicht ganz anwesend. Ja, wenn sie unter Elektroschocks gelitten hat, dann wird sie vielleicht ohnmächtig sein. Oh, shit. Hier Steuerungsprobleme, oder? Ich habe ja die Taste gedrückt tatsächlich. Was zum... Okay, da geht es erstmal so nicht weiter. Außer so hier vielleicht. Das sind witzige Sachen hier. Ja, da kann ich natürlich nichts machen. Okay. Also andere Richtung. Oh, hier ist auch nichts, ne? Hm. Mist. Ja, ich sehe hier was. Wieder mal genau vor der Nase. Wie immer, ne? Ja, ja. Wie immer. Na gut, Leute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Pray. Bis dahin. Macht's gut. Oder besser. Ja.